Moin moin, liebe Supersuchtis, hier ist der Floppy und hier ist eine kurze kleine Story aus meiner gestrigen Nacht bei DayZ. Es waren nur ich und zwei andere Leute auf dem Server, die sieht man hier im Bild. Und zufälligerweise wollten wir alle zur selben Zeit Elektro ausrauben. Ha, was ein Zufall. Zum Glück habe ich die Herren vorher noch gesehen, auch wenn sie nicht wirklich mehr als eine Axt mit dabei hatten, glaube ich. Auf jeden Fall wurde es sehr lustig, denn sie bewegten sich etwas komisch aus der Stadt und dann wieder rein. Deswegen hier ein kurzes Minifilmchen zu dieser Odyssee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die Supersuchtis zocken DayZ, bald auf deinem Bildschirm.